Ich sag dir nix. Nein, ist schon klar. Ich weiß aber, dass die hier sind. Ich meine, die haben uns ja, die haben in der letzten Staffel durch so einen dummen, blöden Dreckszufall ja auch gefunden. Nämlich, dass sie das Neta-Portal benutzt haben und eigentlich hätte das nicht sein dürfen. Alter, wie viele Viechers hier sind. Ich dachte, wir sollten auf Peaceful... Oh, der hat einen Bogen gedroppt. Bogen, ich hole dich. Ab ins Dunkel. Na komm her, Bogen. So, sind wir hier richtig? Eher nicht, ne? Ich bin hier nur für Rohstoffe. Ja, jetzt wird's dunkel. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir nach Hause gehen. Gerade in diesem Wald hier. Verdammt. Aber echt jetzt, ich hätte die in der Zeit auch ruhig suchen können. Jetzt hast du mir irgendwie... Ich wette, ich hätte die gefunden, wenn du nicht dieses komische Mod-Pack drin hättest. Ich hab Diamanten. Das ist einfach ein Mod, das ist... Ja. Wie viele hast du denn? Mmmh, so sieben. Wir haben nur einen, aber schau dir jetzt mal darum geben, ob noch einer da ist. Ja, aber dann hätten wir schon fünf. Das wär schon mal gut. Ich sag dir jetzt nicht, wie das heißt. Was denn? Das Mod. Nein, das würde man bei mir in der Aufnahme ja eh sehen. Ja, ich weiß. Aber warum wutz dir das... Heißt Voxelplayer, falls es jemanden interessiert. Aber warum machst du dir das drauf fürs Battle? Ich wusste das gar nicht, dass wir... Ich hab das ja noch nie gehabt, bis jetzt auf dem Battle. Ja, und dann machst du es dir einfach mal so drauf, ne? Und das... Ich meine, wir benutzen Sneak nur so aus Spaß. Das ist ja nur so eine nette kleine Zusatzfunktion. Genau. Ich weiß nicht, ich will noch nicht nach Hause. Amc-Fan hat's eh nie dran. Überspringen wir diese Nacht? Nein. Nein? Okay. Das heißt, die... Oh, scheiße. Creeper! Wow, naja, ein Charm. Das heißt, die müssen hier noch irgendwo sein, oder? Verdammt, ich hab keine Fackeln mitgenommen. Bau mal ein bisschen Brass, ob ich will, ne weißen Farm bauen. Und Erfahrungspunkte zu den Schampen. Ich bin auch schon Level 2. Da kommen wir Farm ein bisschen Levels, das ist gar nicht so schlecht in der Ehe. Und vielleicht finden wir die dabei. Weiter, ob ich jetzt mein Vape und Adda. Die müssen also wirklich irgendwo hier sein. Wow, der Händler ist echt die Grube voller Vieh. Oh, mein Gott. Hilfe. Hilfe. Was? Alter, was hier abgeht. Creeper. Oh, ein Enderman, verdammt. Das Schlimmste ist, ich seh fast nichts. Ich seh gar nichts. Fast nichts. Die müssen hier doch irgendwo sein. Da ist ein Enderman. Ich bin nur überlegen, ob die einen Unterwassereingang haben oder nicht. Ja, nicht, oder? Ich meine, die sind nicht so die Unterwassereingangstüten. Ich glaube, das wäre viel zu anstrengend hier. Und du weißt immer noch, wo die sind. Ja. Okay. Also ich weiß nicht, ob sie dort sind. Dort war er einfach ein Spieler. Ja, du kannst mir eigentlich schon sagen, oder? Ich meine, immerhin, wie gesagt, durch das Literportal haben wir auf der Minimap gesehen, dass wir unter einem NPC-Dom-Neh, komm, wir lassen, das war es ja erst, Part 4. Ja. No, warten wir lieber ab. Aber ich weiß ja immerhin, dass die etwa hier sind. Ich meine, das ist schon... Wir wollen das ja fair gewinnen. Das ist fair. Die haben letztes Mal unfair gewonnen. So, na, schaut. Was? Ich hab doch ne Axt. Ich könnte auch mal in den Baum gucken. So. Ich hab jetzt einfach ein Rays Minimap noch drauf. Leck. So. Ich glaub, die sind in den Baum hier. Ich werd ihn gleich mal aufschlitzen. Ich schlitz den Baum auf. Ich seh grad, ich hab voll wenig Leben. Ich glaub, ich sollte mich in Sicherheit begeben. Okay, hier kann ich hoch. Geh ich mal hier hoch. Brauen die Pilzen, die Pilzen brauchen mich nicht. Ich fühl mich grad wie die Katze auf dem Baum. Diese Zombies könnten mich auch in Ruhe lassen. So, wie komm ich jetzt hier sicher weg? Ich muss erstmal Leben generieren. Regenerieren. Irgendwie seh ich schon wieder nichts. Gar nichts. Da ist creepy. Da ist creepy. Na ja, creepy boy. Scheiße, das ist nicht. Ich sag, Alter. Irgendwie... What? Nein. Creeper, hau ab. Hau ab. Geh da hin. Genau, geh da hinten. Nee, geh doch da. Geh doch hier in die Luft. Okay. Ich hab sie gefunden. Scheiße, hier ist nichts. Verdammt. Domme. Ich hab sie gefunden, ja. Kommt da auch mal langsam zurück und holt dir mal richtige Aufstockung. Was ist mit Johnny los? Hallo, ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden, Junge. Weil mir leckt es voll. Ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden, aber der Kiste war auch nichts. Ja, und jetzt holst du dir eine Eisenrüstung und dann kannst du sie töten. Nee, hier ist... Die waren hier, die sind wahrscheinlich ausgezogen, oder? Die sind auf dem Baum. Hier bat ein Creeper rum. Alter. Die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Da oben leuchtet was, auf diesem Baum. Da leuchtet was. Ich schnapp sie mir jetzt. Ich werd sie mir jetzt sowas von holen. Holt dir Rüstung. Da ist Glowstone. Ich weiß nicht, ob die... Hier sind Betten, oder was ist das? Das ist Wasser, okay. Hier ist Wasser. Was ist das? Das ist Wasser. Alter. Alter. Die sind weg. Die sind hier ausgezogen. Ich glaub's nicht. Die sind ausgezogen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt hab ich sie gefunden, jetzt sind sie weg. Aber so weit können die nicht sein. Die können nicht so weit wie sein. Wie hoch? Wie? Welche Höhe? 131 Höhe. Verdammt, jetzt hat's gelegt. Ach, scheiße. Jetzt hab ich die gefunden und jetzt... Oh man. Oh man, oh man, oh man. Ey, diese Zombies regen mich auf. Aber weißt du, das war so lustig. Da ist ein Creeper und auf einmal springt er in die Luft. Und das ist sogar der Baum, wo ich noch gedacht hatte. Die müssen hier sein. Bei dem Baum hab ich ja wirklich noch gedacht, dass die hier sein müssten. So, wo ist denn das Loch, durch was ich hier hochgekommen bin? Verdammt. Ach da. Ist die Leute. Ich geh jetzt erstmal wieder nach unten und schau, ob die sich irgendwie nach unten gegraben haben. Ist aber gar nicht mal so eine schlechte Idee, sich in einem Baum zu verstecken. Bloß sollte man das dann irgendwie... Ah, hier geht's nach unten. Ah ne. Ohne Kuh. Oh, hier geht's nach unten. Lol. Was war das eben für eine Scary Music? Hier. Was ist hier? Lol. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Ich will wissen, was hier ist. Hier sind Pilze und hier ist eine Wand und da ist auch nichts mehr. Okay, hier ist auch nichts mehr. Das Dirt. Mein Gott. Hier muss doch irgendwo noch irgendetwas sein. Irgendetwas Verwertbares. Irgendwelche... Aha. Ja, voll unauffällig. Das ist doch nicht so. Na, verdammt. Ist doch nichts mehr. Scheiße. Verdammt. Verdammt. Ich hab sie gefunden. Das ist... Ja, gut. Soll ich die Kiste mitnehmen? Dann haben wir wenigstens etwas davon. Oder? Würde ich mal sagen. Ja. Nimm die Kiste mit. Oh, ich bin voll traurig. Oh, ich hab... Dings gefunden da. Was hast du? Geistet. So... Close door. Ohrdinger. Ohrdinger? Zuckerrohr. Zuckerrohr. Oh, das ist gar nicht mehr so schlecht für enchantene Zeugs. Ja. Das findet jemanden... Das findet man hier wohl nicht so häufig. Ich bin schon Level 4 und... Ich bin schon Level 5. Was für ein Glück, dass der Creeper hier hochgegangen ist. Das weiß ich, dass die hier nicht sind. Muss ich gleich mal, wenn ich wieder in Sicherheit bin, den Waypoint editieren. Ich würde sagen, ich gehe erstmal wieder nach Hause oder so. Ich sollte die doch vielleicht erstmal finden, oder? Ja, such sie mal. Dann darf ich auch wieder rumstulzieren bei denen. Du weißt schon, du darfst wieder bei denen rumstulzieren. Heißt das, du warst schon eben bei denen. Aber da ist ein Creeper, den lasse ich mal hochgehen. Diese Creeper sind echt nützlich. Ah, ein Sieg und wieder ein Leck. Ich beende mal kurz die Aufnahme. Also ich war noch nicht bei denen drinnen. Ja, schon klar. So, hier bin ich wieder mit der Aufnahme. Irgendwie müssen die hier doch irgendwo sein. Irgendwo müssen sie sein. Verdammt, das kann doch nicht so schwer sein, sie zu finden. Warum finde ich die nicht? Ah, da ist ein Creeper. Hallo. Ja, schön. Hier sind sie also auch nicht. Da ist ein Creeper explodiert. Wo, bei mir? Bei mir? Ja, bei mir auch. Nee, er ist nicht jetzt explodiert, sondern er war schon explodiert. Das ist hier eine Stelle, die explodiert ist. Oh, ganz sicher, dass ich da nicht vorher war. Nein, du bist deutlich weit weg. Koordinaten bitte. Geh doch einfach mal bitte. 500, also plus 500, minus 500 etwa. Das ist ja in der Nähe vom Spawn. Das ist ja in der Nähe vom Spawn. Das ist ja in der Nähe vom Spawn. Ja, nein, du bist nicht. sind aus ich habe hier auch schon ein bisschen eisen gesammelt wieder zehn gut 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 da ein ganzes Leben auf dem Rüstung bauen 14 Minus die Plus 500 Minus 6 und hier ist so eine noch zu hier ist Grün ich dachte hier sein wenn die Bomben können das Geld könnten sie auch sein die Bögen in die Bäume so wie es aussieht Bäume mögen sie mich nicht der Server ist übrigens schon online skyprojects.de hm was der Server skyprojects.de ist ja online ja das weiß ich ok später dann auch wieder drauf welche sind sie also nicht hm ich denke ich wechsle dort einen Anbieter ja dein V-Server hatte jetzt heute schon ein paar Probleme das haben die armen Leute auch deutlich ok das ist echt deutlich weg wie weit bist du weggegangen also ich bin nie weit wie weit weg ja wie weit weg von mir bist du denn gegangen öh ich bin jetzt wieder zu Hause ach so und du sagst es bei Minus 500 Minus 600 nee nee das aha ja aber das ist irgendwo am Wasser ja da wo dieses Creeperloch war seltsam also ich wünschte wir könnten sie finden und wie viel Eisen haben wir ich hab 10 ich weiß nicht wie viel Jeremy hat 35 ok dann würde ich sagen mache ich mir demnächst auch mal ne Rüstung oder ich würde sagen machen wir alle ne Rüstung ja ich brauche aber auch eine ähm für 2 reicht's glaube ich mit ner Rüstung aber ich würde sagen für ne Eisenspitzhacke wäre auch nicht schlecht und noch für Schwerter also wir sollten auch Ersatzschwerter einplanen das ganze Zeug ich hab ja auch noch bisschen Eisen gefunden auch wenn es nicht viel ist das ist glaube ich ein Stück nur leck nein ich glaube ich hab den Server zu viel Rahmen gegeben diese Tropic Welt ist aber auch extrem Rahmen ganz fressend boah das nenne ich mal ein Baum da hinten yay ja verdammt halten warum bekommt man Schaden abgezogen und auf die Seerosen springt das ist doch blöd ist das nicht bisschen blöd hmmm schon boah das sind ja Hammerbäume in so einen könnte man sich reinbauen wieso hab ich einen Deathpoint ich war hier doch noch gar nicht tot ich glaube durch die Minimap zeigt wieder Map äh Deathpoints von anderen Maps an oder so seltsam hier ist noch mehr Eisen und da ist auch hinten Eisen aber das lass ich mal weil die Rohstoffe hier draußen die sind ja wirklich alle per Hand gesetzt oder? was? diese Rohstoffe hier draußen die sind alle per Hand gesetzt oder? deshalb wird's hier wohl auch nicht so viel davon geben ja ja mhm ist alles per Hand gesetzt